Herzlich Willkommen zurück bei den Top 10 Listen zum Thema Fußball. Heute präsentiere ich euch die 10 schnellsten Fußballer der Welt. Entscheidend für das Ranking ist die Höchstgeschwindigkeit, die ein Spieler in einem Pflichtspiel erreicht hat. Als Quelle diente mir die offizielle FIFA-Studie und die dazugehörige Rangliste. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017